Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Overwatch. Und zwar zu einer weiteren Folge dieses Video endet, wenn? Der Hintergrund, Bildschirm, Screen, keine Ahnung, könnte nicht passender sein zu unserer heutigen Challenge. Und zwar ist die heutige Aufgabe, dieses Video endet, sobald wir einen Omnik bekommen. Und zwar zählt Wrecking Balls Kugel, Wrecking Ball, Hammond ist der Hamster, ja, auch als Omnik für mich. Der Hamster ist zwar ein Tier, aber die Kugel ist für mich ein halber Omnik. Deswegen, Wizard, Senyata, Hammond, und Bastion, Bastion definitiv auch, dann ist das Video vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in einer Runde wieder. Okay, okay, ich bin Hanzo. Hanzo ist erlaubt. Hanzo ist vollkommen in Ordnung. Haben wir noch einen anderen Hanzo? Wenn wir nur Hanzo sind, das wäre ja. Okay, dänzen wir ein bisschen ab mit Hanzo. Okay, um das nochmal klarzustellen. Senyata, Weezer, Bastion, und die Kugel von Hammond. Eindeutig Omnik. Es gibt noch andere, die ich vergessen habe. Ist Genji so ein halber Omnik? Also für mich ist Genji so ein Cyborg und es fällt als halber Omnik. Dann schließe ich mir auch mal aus. Okay, dann gehen wir nochmal kurz durch. Haben wir ein Healer oder sowas? Okay, okay, okay. Ich habe das mal kurz ein bisschen aufgebaut, aber ist egal. Lucio, Lucio ist vollkommen cool. Lucio, nice. Und hoch da. Färber heilen und hoch da. Wo wärst du denn... Ach Genji, hau ab von mir, hast du recht. Okay, 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 okay. Gut, Sigma, Sigma ist okay, Sigma ist okay. Gut, ich will diese Uesa haben. Auf die gefällt, dass ich dann zu Uesa werde, aber... Was ist denn, der Genji? Der ist tot, der Genji. Der ist tot, dieser Genji. Ich kenne mich mit Sigurds Wehigkeiten immer noch nicht so gut aus. Schild. Schild ist... So. Okay, einfach mal da reinstehen. Ich bin zu Leid, das bedeutet... Ich muss da... Uuuuuh. Okay, okay, ich lebe immer noch als Sigma. Wie geht die, die ich mache. Immer noch lebe, dass ich immer noch lebe. Okay, lass mich durchashen, lass mich durchashen. Ein Teil davon, sei denn, das ist ja gut. der will mich, eindeutig will der mich ok, auf zum Punkt gar keinen getroffen in meiner Ulti, ja kacke also ob ich das nicht absolviere, ok, das wars dann Leute, das wars dann, das seh ich schon Dumpfist, ok, ok, wenn ich die Wunde überstehe, ohne zum Omnik zu wehren, wäre natürlich auch interessant Diva's Mech können wir eigentlich auch als Omnik dazu stellen, aber ok, ich war eh keine Diva, ich war kein Sidiata, gar nichts, die Wunde will jetzt gleich vorbei sein gar nichts, die Wunde gar nichts, die Wunde gar nichts, die Wunde durch da nein 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 ja, ich verstehe was hier los ist, aber wir nehmen den Punkt irgendwie ein ich gebe immer noch Silberkills ich verstehe das nicht, Leute, da kommt Sidiata, da kommt 4,4 Sidiata ok, 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 das war vielleicht ein bisschen in this count, das war ein bisschen in this count, aber ok present, Racer ist definitiv kein Omnik ich habe jetzt Diva dazugezählt, wenn ich jetzt Diva wäre, ist es auch vorbei ok Leute, ok Ah Nein! Junkwet! Xavier also schon erstaunlich, wieviel Charakter ich bekomme Entweder habe ich Glück oder ich habe Unglück. Aber wenn mir die Wunde gewinnt, habe ich natürlich auch nicht. Nein. Saria heilig, Saria heilig. Und, lauf da! Wo seid ihr denn? Wo ist der denn schon wieder, der blöde Hamster? Weg ist der Hamster. Hallo Simpsi. Okay Leute, okay. Ich hätte nicht... Ui, gedacht, dass wir trotzdem zu weit kommen. Okay, das war ein bisschen viel am Schluss, aber okay. Okay. Moira, Moira, okay. Und weiter. Was macht ihr denn? Ich habe mir jetzt keinen Meter vorwärts. Das gibt's nicht. Baptiste! Ey, hör mal ernsthaft. Was macht ihr? Schön, dass wir ihn heilen. Ja, geht's weg von mir, Leute. Habt ihr schon recht. Da funkert ihr euch jetzt da aufs Ecke, wo man liegt. Das soll nicht. Ach Leute. Was macht ihr denn? Ja, einfach nur alleine rein zu laufen bringt nix, aber okay. Okay. Ja, gut. Ähm, ich war kein Omnic, aber ja. Es ist auch ein Ende. Es ist ein Ende, Leute. Danke. Okay.